Das Pariser Übereinkommen ist ein völkerrechtlich verbindlicher Vertrag. Zwischen fast allen Staaten dieser Welt, der 2015 in Paris beschlossen wurde auf der UN-Klimakonferenz. Es geht darum, dass sich alle Staaten gemeinsam dazu verpflichten, die Erderhitzung bei deutlich unter 2 Grad und wenn möglich 1,5 Grad zu beschränken. Und dafür braucht es ganz viele verschiedene Mechanismen, die dann in den Folgejahren in verschiedenen Verträgen ausgehandelt wurden. Das Pariser Abkommen wurde als Meilenstein in der internationalen Klimapolitik gesehen. Jahrelang hat die französische Diplomatie dieses Übereinkommen vorbereitet, damit es dann auch tatsächlich möglich war, dass alle Staaten in Paris dem Vertrag zustimmen. Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft!